Die Flanke kommt von Ribéry. Da kam die Flanke rein, aber es ist keiner da. Robert! Ich sehe dich da ganz unten. Nein! Lächerlich! Hallo? Hallo? Jetzt haben sie den Ball verloren. Er schießt! Martinez! Oh! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Rechtsfuß, Martinez macht's mit links. Kein Problem. Lächerlich! Ich würde mich über das Tor so aufregen, Alter. Das war neigend, oder? Nichts? Saubär! Krass! Ich dachte, der Torwart hat hier reingemacht sich selber irgendwie so komisch. Soll ich dir was sagen? Ich meine zumindest nicht Schuss gedrückt zu haben. Ja, da brauchst du es nur dran zu kommen. Von die Ballannahme. Ja, ich bin einfach dagegen gelaufen. Ich bin dagegen gelaufen. Alter, Vater. Der Pass war so brillant. Nein! 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 Woher hat er? Was? Niemals! Ey, der war doch klar am Tor! Oh nein! Jetzt! Götze! Oh! Das wäre seine Chance gewesen, wieder zur Legende aufzusteigen. Vielleicht kann er ja zur Verwirrung sorgen! Der Keeper ist mit vorne. Ich schwöre, Neuer macht das Tor. Das war ein Verteidiger, oder? Wow! Fuck! Alter! Manuel Neuer, hast du es gesehen? Nein! Nee! Was war das? Wo ist der da hingebeamt worden? Das hat der Verteidiger klasse gemacht! So kommt der Schuss nicht durch! Bist du behindert, oder was? Nein! Da kommen sie in Ballbesitz! Sehr gutes Tackling! Oh! Da wird gestört! Er hält mich fest! Ey! Die Bayern bekommt den Freistoß! Geh aus! Okay, ich bin jetzt. Auf! Abseits! Du bist behindert, ey! Sag, lauf! Da steh ich schon 10 Meter am Abseits! Und dann passt er! Ich hatte eigentlich nicht gepasst! Nachdem ich das zweite Mal reingelaufen bin, ey! Ich hab's gepasst! Oh, dann macht er den Hohl! Ja, doch gepasst, Alter! Was hast du denn, ey! Meine Fresse! Sie haben Ihren Vorsprung ausgebaut! Und jetzt müssen wir... Kritisiert der meine Spielweise! Ich jubel alleine! Mit Glück! Hallo, wie ich den da behauptet hab, Mann! Sie sind das letzte Team heute! Ja, ich hab den Pass auf gesehen! Jetzt war ich 3 oben! Ja, ich hab's doch gesehen! Und was war denn das noch aktiviert? Ey! Sorry! Was ist denn da was? Jo! 16er normal! Ja! Ich würd' sagen ja! Was heißt ja? Hast du nicht gesagt? 16er Fragezeige und ich ja! 16er oder normal! Hahaha! Das oder normal hab ich nicht gehört! Schieß! Ja! Noch! Mal! Ja! Ich bin ja dabei! Hahaha! Und nun ein Schuss! Martin! Pfff! Wir kommen noch ran! Renn! Du Wichser! Wie knapp war das? Du hast! Gute Gretchen! Er hat den Ball! Kann er den Ball behaupten? Mhm! Foul! Fleischlos! Und das ist ne gute Gelegenheit! Oh! Bin ich glücklich, dass es nur Geld gibt! Ey! Da machst du nicht! Ressi! Sind halt die OP-Spieler! Warum spielen wir nicht mit euch? Weil wir nicht mit solchen OP-Teams spielen! Was ist so'n Scheiße! Aber mit Bayern, ne? Bayern ist nicht OP! Bayern ist... Was ist OP? Overpowered! Overpowered, sagt der! Was ist OP? Hahaha! Fand ich sexy gerade! Das wird gefährlich! Nichts zu machen! Aber der Ball geht trotzdem rein! Uff! Huuu! 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 Ich weiß nicht, dass der Wendowski noch im Weg. Boah, das knapp der bei Subshits gewesen. Hä? Alter. Alter. Nicht mehr so weg gewesen. Auf den Punkt. Ich mach ein Fallerduktion, egal wen ich hab. Ich bin noch rangekommen. Wer hat den da vorne abgestellt? Und der bleibt da stehen, ey. Alter. Ist auf gar nicht mehr. Ah, du Kackwurst, ey. Oho. 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 Ohohoho. In den zweiten 45 Minuten laufen Barcelona mit dem Anstoß. Wie schnell hast du? Ja. Und Kackaner. Was ist mit dir? Wieso hast du da Schuss gedrückt? Ich hab nicht Schuss gedrückt Und Kackera Ich bin doch nicht Kackera Ja Kackera Das Wort lass ich eintragen Ich bin doch nicht Kackera